so liebe leute wir sind hier bei trackstyle dennis ist gekommen dennis ajal memo ist da und ecco hier ist unser chef um den dreht sich heute ab zu trackstyle das ist meine hey man loli ja lässig mann ist lässig hier hat schon arnold schwarznecker trainiert oben ist eine kamera schauen ob wir reinkommen abgesehen der loli schmeckt super und hier ist der track die golde platte für die 120.000 die ganzen tracks geschnitten produziert hier wird gecrashed wie geht es hier mein freund wie geht es hier du passt hier auf die ganze agitur immer pass auf wie wir es kaputt machen hier ist die chillout area hier ist der dennis da ist noch mal ecco so jetzt gehen wir mal zum chef polizei stehen bleiben jungs der chef lange nicht mehr gesehen wir wollen wie geht es hier amen bruder schön was macht ihr gerade wir nehmen das album von jetlag und tamtam auf und das wird ein hit was meinst du das ist von den besten new camera besten new camera also mehr für die straße das was die machen schon ja ok so erzähl mal was von dir von mir ich habe ja auch jetzt paar projekte mit dem sänger pedro coolen song aufgenommen mit meinem alten weggefährten armin das geht halt mehr fürs herz das mit armin nicht das mit armin nicht aber das mit pedro schon das ist was für die frauen was über können wir ein bisschen reinhören in den sound was die jungs die newcomer von denen ja auf jeden fall er hat gerade seinen letzten part aufgenommen mit der funk kann bei mir bleibt mich schamsam klasse 3 im morf und das ziel wird zum anfang münchen ist der wottenstadt die street hier ist anders an der sch Leute wir wollen ja die überraschung nicht bewerben von nichts kommt nichts es geht wieder weiter und euch alle noch einen schönen Tag macht mich sehr gefreut dass sie zugehört haben und bis zum nächsten mal von trackstyle Arjen das war's von trackstyle du Chevy tu da ja